Was mich stört, ist, dass ich das Gefühl habe, sie sind gegen alles, was für Deutschland ist. Also sie bellen sofort auf, wenn sie das Gefühl haben, man ist irgendwo islamkritisch, dann bellen sie sofort und stecken einen ins rechte Lager. Man hat immer das Gefühl, alles was für Deutschland positiv wäre, sind sie dagegen. Und für die anderen sind sie dafür. Ich darf noch erinnern, wenn ich daran denke, an diesen Kölner, an dieser Domplatte, was da passiert ist, dann habe ich Interesse verfolgt, was dann, wie die Grünen reden, waren sogar Frauen, wo man eigentlich denkt, na, jetzt explodieren sie, aber nein, sie haben uns Männer beschimpft als Deutsche, die beim Karneval und am Oktoberfest noch viel größere Schweine sind. Und plötzlich war das relativiert, dieses ganze Thema. Da habe ich also gedacht, jetzt geht's los. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich das sagen darf, dass die Grünen ein anderes Volk wollen. Das glaube ich ganz stark. Dafür gibt es Indizien. Da ist ein ganz tiefer Grund von, dass die sagen, das gibt's alles nicht mehr. Und das Gefühl habe ich, sie haben vor, ein anderes Volk zu machen. Das glaube ich ganz stark. Nein, wir sind aber nicht recht. Wir sind nicht Keuner, der sich ein eigenes, anderes Volk, sondern was ich gut finde, Herr Halmer, dass wir endlich schon mal die Realitäten anerkennen, in welchem Deutschland leben wir. Ich lege sehr gern in diesem sehr, viel demokratischeren Deutschland, das es heute ist, als es noch vor 40, vor 50 Jahren war. Aber erst mal anzuerkennen, dass wir eine bunte Gesellschaft sind, eine vielfältige Gesellschaft sind, dass wir unterschiedliche Religionen haben, dass wir, wissen Sie was, was ganz verrückt ist, Ich komme ja mehr und mehr vor, als wäre ich so eine Art oder wir, so eine Art Verfassungsschützer, die unsere Verfassung schützen. Artikel 1, die Würde des Menschen. Artikel 6, Rechtsschutz von Ehe und Familie. Das steht nicht. Das steht nicht.